Mach die Beine lang! Mach die Beine lang! Das ist doch souverän! Die harten Treffer, da hast du immer drin! Aber wurscht dir da nicht mit! Willst du viel rennen, ne? Ja, du brauchst ja auch nicht! Ist doch alles easy! Mach es souverän! Steh hin, fente, fente! Raus! Fente, fente! Dann willst du immer zum Körper, bumm! Und dann kommt halt hier ans Kinn ran! Und dann triffst du hier auch! Machst du doch gut! Ja, und die ist auch stabil und eklig! Die ist ja nicht so schlecht, wie immer alle sagen! Ist ne gute! Komm, letzte Runde! Genießt das nochmal! Spaß haben! Und fentele die aus! Fentele die einfach aus! Das herrliche, motivierende Ansprache von Carl Husker! Wir sind immer wieder aufgebaut! Die richtigen Ansprachen! Und trotzdem dieser so spaßischen die jungen Berlinerinnen ein sicheres Gefühl! Ein sicheres Gefühl! Ich bleibe im 2 Millionen Twits! They don't wanna cause I come to defeat! They don't wanna! Bamboo sticks down in the Jeep! das they do anything for clock! They do anything for clock! They do anything for clock! Aber ihr lebt, das kommt beim Stehen.